Hallöchen, willkommen zurück zu Dead Space. Wir waren... ...und das heißt, dass wir mal... ...nachdem in der letzten Folge... ...das Raumschiffel sehr gestürzt ist... ...und es unglaublich brennt. Hm... Ich würde ja gerne wissen, was da drin ist... So, bitte... Äh... ...und wenn ich da mit der Nugendung noch ein bisschen was schnauhe... ...das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Mal ein bisschen klatschscharfen hier... ...dass hier mehr Freiraum haben. Hey! Wenn ihr E-Shift hervollziehen können... ...die Objekte im Spiff ablegen, indem sie bei jedem Shop im Schiff aufnissen können. Na dann gehen wir doch mal auf in den Shop. Ich hab genau noch einen tollen Kribbitt mit Polsgewehr. So ist er mit breitem Strahl zeitgeschleudert. Indiensches Sturmgewehr mit dem Weg auf hoher Feuer. Ich hab den Weg auf den Weg. Ich hab den Müll. Zu teuer, zu teuer, zu teuer. Warte, warte, warte. So, das ist der Ziel. Waffe entdeckseln, das ist 1,2,4. So, 3 ist links. 1 ist mein Klasma-Katte. Oh, ist das ein Effekt da? Dann wollen wir mal gucken. Ah, Knochen hab ich nicht gefunden, schade. Warte, 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 warte. Mann, warte. Warte, warte, warte. Das ist weg, aufzunehmen. Du kannst ja gerade ganz gut runterfahren. Ne, ne. Das mal. Das ist doch hier. So, dann wollen wir schauen. Kapitel 1. Neuzugänge abgeschlossen. Fortschritt speichern Sie. Ja. Das wollen wir machen. Kapitel 2. Intensiv... Intensivstation. Ja, die sind das auch nicht. Aber wo ist denn auch für den Kachel? Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du's gesagt hast. Ich... ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt... gehen? McCoy will mich... zum Shuttle... bringen. Noch mal ein Schropp. Oh, ich sehe jetzt wieder etwas dazu gekriegt. Sie... krellt. Sie... Sie... Nope. Sie... Sie... Ja, Mann! Geben Sie die Schemate auf, um den Shop-Objekt hinzufügen. Geben Sie die Schemate auf, um den Shop-Objekt hinzufügen. Mit der Tat voll? Ich kann nicht glauben, dass ich Sie verloren habe. Komm! 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 Ich kann! Ja! Wir wurden angegriffen! Kendra ist tot, gerade weil sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen! Bringen Sie mir die Coats von der Rift des Captains und dann suchen wir eine Coal. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sich sprengen, wenn Sie zum Leichenschau raus wollen. Besorgen Sie sich damit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zweitlos. Als wenn ich freiwillig in die Leichenabteilung gehen wollte. Applaus Impuls Peptin. Peptin. Falschen ausgelöst. Peptin. KNOCK HOISE. Peptin. Peptin. Flex ум поoc ah eso. Aha, sie kommt hier. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Was ich jetzt so? Was ist das? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ja, genau. Ja, 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 ja. Funksichtungsleuchtung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich da raus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Warum können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen? Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Kettenbeuten sterben. Menschen, Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terrence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Quarantäne aufgehoben. Oh, Speicherpump! Yay! Oh! 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 Hilfe! Oh Gott, es will! So helfen sie mir noch! Hilfe! Ich bin nicht reingekommen. Ich habe einen Schuss, habe ich noch gegeben. Na, sie juckt? Ich bin noch richtig. Das ist ein Pferd. Ich bin noch nicht flexibel. H Trainer ist ein Pferden. Das wir hier haben. Das habe ich auch angesprochen. Das muss ich sagen. Ich bin schon mal hier. Ich bin sehr klar. Oof! Hi! Hey! Oh! Oh! Oh, yo! Oh! Oh, gut! Das ist ja ein paar Zeig. Ich glaube, das ist ja wohl nicht. Ja, das ist schon fast zu tun. Okay, das Termit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten, ich höre, dann nehme ich was Großes kommen. Soll das Schockpad, um es zu zünden. 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 Soll das Schockpad, um es zu zünden und um es zu zünden. Soll das noch einländisch. Soll das noch nicht, das ist eine normale Leicht. Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Flammenwerfer! Anzug Level 2, 10.000 pro Liter für 6200 hab ich nicht. Ne, für kleine Luftkanister. Kleine Luftkanister, der die Luftanzeige wieder herrscht und wieder aufführt. Stars in Peckwood, grau hier. Entschuldigung, ich lache die FLF-1000. Achso, das hab ich das mal mit. Ne, ich brauche mal mehr Platz. Krieg man hier eigentlich auch an? Achso, ich brauche. Achso, ich brauche. Achso, ich brauche. Achso, ich brauche mal mit. Achso, ich bin das halt auf. Achso, ich brauche mal mit. Achso, ich brauche. So kann man es natürlich auch machen. Es ist eine Worte, oder? Boah! Boah, was? Bödes scheiß Drecksviech! Krempel! Bödes! 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 Ah! Ne, was so würde ich damit hin? Text noch. Marikade zerstört, oder? Dattlack! 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 Hm. Die автомale der Xperin mal! Ah! Bödes! Ah! Ah, das ist ein guter Punkt. Geht's eigentlich gut, Kumpel? Weiß ja nicht, das ist eigentlich schon... Prekär aus! Boah! Scheiße! Geht's! 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 Ah, nice! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder pünktlich um 18 Uhr einschaltet zu Dead Space um weiteren Grußeschocke zu erreichen Bis dahin, einen angenehmen Abend und macht's gut Leute, haut rein!